Nein, ich denke schon, jeder Spieler hat sich die Veränderung hier hergestellt, dass er weiß, dass er die Leistungsbereitschaft abbilden kann. Und da gehört natürlich auch ein gewisses Training. Also ich bin da 100%ig davon überzeugt, dass alle Beteiligten sehr solches mit der jeweiligen Situation umgehen und keiner frühzeitig hier die Singen schafft. Klaus Bergmann. Also wie sieht es denn bei Jérôme Boateng aus, der am Wochenende Lied spielen konnte, der auch gestern ein eingeschränktes Programm gemacht hat. Wie sieht es heute aus und kann man auf jeden Fall ansonsten machen? Also Jérôme ist so, dass er natürlich durch den Lied für die Lied hatte und das Fieber jetzt dann auch positiv in die Lüge gehen musste. Und wir sehen, wir haben ihn gestern einen neuen Einstieg geschafft und diesen aber auch ganz gut verkraftet. Die Blute, das sind gut und wir haben da auch wieder komplett alles mitgemacht.